So, wir starten mal auf Dragon Crusade, ich kann nicht mehr rein, oh fuck, ich wollte jetzt sagen, ich starte halt einfach mit dem Daily Dungeon, aber mir ist gerade eingefallen, ich habe den, glaube ich, gestern nach 0 Uhr gemacht, also quasi, ich habe ihn nach 0 Uhr aufgenommen und Charme resetet ja eben dann direkt um 0 Uhr, macht auch Sinn, ist ein deutscher Server, die meisten reseten irgendwie so um 1, 2 oder 4 Uhr, je nachdem. Genau, ich war jetzt gerade verwundert, warum ich da nicht rein kann und warum da steht, ich war schon drin, das war ich gerade irgendwie. Okay, ähm, hm, 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 hm. Wo muss ich hin, wo bin ich, äh, Dark and Desert, macht Sinn, ich habe übrigens gestern was, äh, ja, ziemlich Dummes vergessen. Ähm, ich habe natürlich noch die Vita-Dinger, die habe ich einfach komplett verpennt. ja genau ich weiß nicht warum die sind im prinzip eigentlich so auffällig da drin aber ich habe es einfach trotzdem irgendwie übersehen und ich habe sogar noch gesagt irgendwie so ja letztens hat man irgendwie mehr attack und so aber mir ist irgendwie keine ahnung weiß ich nicht war vielleicht einfach zu spät kann ich nicht sagen warum das so war irgendwie einfach fail aber gut was habe ich hier noch irgendeine lucky box für ok warum hat denn lucky box für möbel drin was auch ich glaube nicht oder ich müsste übrigens auch mal hier den kaufen in die bergs naja da habe ich auch gepennt aber ist ok ja das level geht um einiges schneller direkt wenn man mal die richtigen paar hauptsachen macht wenn man auch mal link und so hat ich habe letztens also gestern irgendwie überhaupt nicht mehr gecheckt also keine ahnung ich war halt ich war ich war einfach zu müde muss ich ganz ehrlich sagen das war halt ja einfach ein bisschen fehl naja ich muss sagen die spawns sind irgendwie ziemlich gut oder wurden die verändert also ich meine diese bernacken spawnen sind generell immer relativ gut aber da hinten irgendwie irgendwie sie gefühlt mehr ist das sonst da muss ein bisschen mehr sein als sonst oder als normal naja auch wenn ich jetzt eigentlich gar nicht weil mir so krass auf irgendwie nachrichten sozusagen gehen will im let's play aber ihr wisst ihr vielleicht vor ich glaube schon ein paar jahren ist das her haben wir drüber erzählt so von unserer also nicht direkt unserer aber halt so dieser familienbrauerei in anführungsstrichen und ja die gibt es noch immer und meine halbbrüder oder meine stiefbrüder halbbrüder stiefbrüder ich verwechsle sie immer sind momentan oder waren ich gerade momentan so dabei halt sich immer weiter aufzubauen und so halt das ganze ding mal komplett selbst bauen also eine eigene brauerei mit maschinen und alles drum und dran mit eigenen mitarbeitern und also halt das ganze wirklich dann so ja in vollem umfang vollem in vollem umfang eben zu machen und so und ja ich weiß nicht ob du das letztens irgendwie gehört habt mit diesen ganzen maßnahmen und corona maßnahmen und ähm all die ganzen sachen also ich habe das am anfang irgendwann früh gelesen auf dem handy und dachte mir so also ich meine ich war noch nicht ganz wach und und habe das nicht so ganz glauben können was ich da eigentlich gerade so lese und ob das irgendwie ich meine ich glaube das war eine bildzeitung bildzeitung wo das stand und gedacht das kann nicht so direkt in ernst sein und so also ich war am anfang noch so ein bisschen skeptisch aber ja ähm scheinbar äh stimmte das da irgendwie alles was da drin stand und ähm ich meine es traurig an diesem ganzen ist und diesen ganzen ja ich meine was will man jetzt alles hier jetzt will man ja glaube ich die wirtschaften die wirtschaften kriegen jetzt geldstrafen wenn die kunden falschen namen angeben also das ist halt einfach ein absoluter eine kriegseklärung an die gastronomie einfach ich meine die sind sowieso schon mal am arsch das ist halt einfach damit zerstören wir die halt komplett und ich meine am anfang war von 50 euro die regel äh die rede äh dann kam irgendein bundesland hat gesagt so ne wir machen 150 das andere 250 dann ich glaube hamburg oder so kam damit jo wir machen 1000 euro einfach dieser diese ganze überbietungswettbewerb da ist ist einfach ich weiß nicht also naja und lange rede kurzer Sinn jetzt wird auch noch irgendwie der ausschrank oder generell der konsum von alkohol irgendwie ja nicht verboten aber in sehr 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 vielen fällen äh verboten und ähm ja ich meine meine heilbrüder haben es natürlich schon in den letzten äh monaten wirklich ziemlich stark gemerkt dass eben jetzt die die nachfolge nach bier und so zurückging ähm und es gibt auch schon viele brauereien die pleite gegangen sind ähm in unserer umgebung in unserer nähe aber auch generell deutschlandweit es wurden ähm wurden definitiv äh weniger brauereien und das ist schon spürbar auf jeden fall sieht man halt auch jetzt wieder so dass es halt so wirklich in diese richtung geht wo man halt sagen muss ja die einen werden weniger die gastronomen werden weniger ähm oder die wirtschaften werden weniger der ausschrank wird weniger und ähm ja alles was dann so hinten dran hängt äh wird halt eben die Verluste dann eben auch mitnehmen und auch von denen wird es dann wieder weniger und das ist halt einfach so ein Teufelskreis irgendwie und ich meine ich kann mich an einen äh an eine Rede von einem äh was war der ich hab keine Ahnung von Bundeswehr hängen sorry irgendein irgendein General oder so der relativ einen relativ hohen Rang hatte äh keine Ahnung fragt mich nicht auf alle Fälle hat er eine ziemlich coole Rede gehalten vor ich glaub also es ist definitiv länger als 10 Jahre her 10 bis 20 Jahre irgendwann um die 2000er um die Nullerjahre rum und ähm ein Satz ist mir von dem ähm ziemlich im Kopf geblieben und das war äh also da ging es um um diverse äh Auflösungen von von äh von Bundeswehrbataillonen und so weiter und von äh ich weiß es nicht mehr genau ging es halt irgendwie einfach um die Beschneidung der Bundeswehr damals und ähm noch mehr als heute glaube ich sogar und ja auf alle Fälle hat er gesagt man kann eine Armee innerhalb von Sekunden oder Minuten zerstören aber es wird 10 oder 10 oder mehr Jahre dauern um sie wieder aufzubauen und ich finde diesen Satz wirklich so passend und auch wirklich so passend für diese ganze Situation momentan weil man halt momentan wirklich so viel kaputt macht mit diesem Ding hier wo ich gerade drauf zeige ähm äh ja ich kann es einfach nur bestätigen ich meine ähm meine Halbbrüder oder meine Stiefbrüder die haben angefangen mit der Brauerei das war ich glaube 2008 oder 2007 sogar schon also 12 bis 13 Jahre haben die jetzt gebraucht um an diesen Punkt zu kommen wo sie dann eben selbst äh das ganze Ding äh bauen könnten und sich wirklich komplett unabhängig von anderen machen können und ja man man sieht es halt an diesem an diesem Beispiel halt wirklich perfekt oder ich zumindest sehe an diesem Beispiel perfekt es dauert ein Jahrzehnt oder länger um sowas aufzubauen und es dauert oder es braucht einfach nur ein, zwei Gesetze Regelungen Beschlüsse die man halt mal schnell einfach so über Nacht mal durchsetzt um sowas oder um all dieses ganze äh zu wieder zu zerstören und ja das ist traurig ich meine ich weiß nicht wie es bei denen weiter geht ich hab keine Ahnung wenn das ganze Projekt von denen jetzt daran scheitert nur an an diesem Jahr oder an an diesen Gesetzen aktuell dann weiß ich auch nicht aber ich meine man sieht halt schon bei so vielen momentan die halt einfach die einfach sagen jo das kann ich nicht mehr aufrecht halten das geht nicht mehr ja es ist traurig dass man halt irgendwie so ich meine Politiker sind halt so wie kleine Kinder die sich versuchen selbst mit allem zu verbieten jo wir haben die krasseren Regeln nee wir haben es nee wir haben es es ist halt es ist halt so ein Kindergarten einfach und es ist halt ich meine ich weiß nicht in was die da verfallen aber das hat halt einfach nichts mehr mit mit Objektivität oder sonst irgendwas zu tun das ist halt nur noch Kindergarten einfach aber der Kindergarten wird halt auf den Schultern vom Mittelstand und von Millionen Arbeitnehmern einfach ausgetragen und was haben wir zu sagen ich meine die ganzen Arbeitsplätze die jetzt verloren gehen die werden jetzt nicht einfach mit einem Fingerschnips wieder einfach entstehen dann ich meine es ist nicht dass man sagt jo hier Virus vorbei und im nächsten Jahr gibt es so wieder bloß eine Million Arbeitsplätze so das wird natürlich nicht passieren und ja ich denke mal das werden auch dann die Politiker spätestens merken wenn es halt dann auf einmal ein bisschen weniger Steuereinnahme gibt oder wenn die halt dann mal um 10, 20, 30 Prozent einbrechen und ich meine das wird passieren müssen also irgendwoher muss das Geld kommen und ich glaube das wird noch zu mir interessant werden naja muss der Fall wenn man loswerden ich habe auch noch so viele andere Videos schon aufgenommen vor Wochen und teilweise Monaten ich meine es ist jetzt nicht mehr nur als die Sachen die jetzt momentan hier irgendwie beschlossen werden es wird ja so viel hinten rum und halb öffentlich oder auch gar nicht öffentlich beschlossen also in Form jetzt oder in Bezug auf Sachen die jetzt uns betreffen oder uns für uns wichtig sind die ganzen Sachen die die digitalen Sachen regeln sollen und so ich meine ich muss ganz ehrlich sagen Uploadfilter sind mittlerweile eigentlich das wenigste mittlerweile plant man ja sogar schon US-Konzerne komplett zu verbanden wenn sie zu groß sind was auch immer das bedeutet wer auch immer das beschließt und ja jetzt reden wir halt nur nicht oder nicht mal mehr nur von geblockten Uploads das reden wir halt einfach so komplett von von der Sperrung von YouTube oder Google oder Facebook Twitter Instagram vielleicht sogar so Sachen ich meine wir hatten sonst noch Monopole ich meine es geht ein bisschen weiter wir reden ja nicht nur von Social Media Netzwerken wir reden ja auch von Konzerne mit Monopol ich meine Steam ist ein US-Konzern mit Monopol ich meine wer hat denn sonst noch irgendwie was zu sagen dem Steam ja ich weiß es gibt Epic Games es gibt keine Ahnung aber sagen wir mal ehrlich Steam hat einfach das Monopol und ja ich meine es sind so Sachen die werden halt einfach jetzt hintenrum geschlossen es kann keiner dagegen demonstrieren es kann keiner dagegen was machen weil das ist aktuell verboten und man nutzt halt diese Situation wirklich komplett aus man kostet halt einfach so die aktuellen Beschränkungen wirklich bis ins letzte Teil einfach aus jeden Tag überlegt man sich irgendwas Neues und ja im Grunde genommen werden wir einfach nur von vorn bis hinten gefickt und man kann zumindest auf legale Art und Weise einfach nichts dagegen tun und ich meine ich habe ich ich habe so viele so viele Videos mittlerweile schon wieder vorbereitet hier dafür ich muss noch schneiden und muss keine Ahnung muss mal schauen dass ich die ganzen Sachen upload da gab es auch noch so eine Sache wie zum Beispiel dass jetzt Likes potenziell strafbar werden wenn man mit einem Like irgendwas gut heißt was illegal ist dann also wenn man etwas Illegales liked oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Beleidigung liked dann ist es wie jemanden selbst zu beleidigen also es wird immer verrückter einfach und ich meine da gibt es halt ich weiß nicht ich habe ich habe mittlerweile schon ich habe nicht mehr mitgezahlt da gibt es so viele Sachen die jetzt passiert in den letzten Monaten das ist ja wirklich verrückt also ja das Problem ist halt einfach auch es scheint keinen mehr zu stören ich meine die ganzen Demos die damals waren die ganzen Aufrufe von Netzpolitik von Julia Reda von den Piraten von Oppositionsparteien nichts wirklich nichts keiner regt sich mehr drüber auf und wie gesagt ich meine demonstrieren kann man eh nicht zumindest die Leute die damals eben wichtig waren zum Kampf gegen Akta gegen Uploadfield und so weiter die haben halt komplett ja von denen hören nichts mehr keine Ahnung und ich glaube halt auch dass man ohne diese Leute halt nur ganz schwer irgendwie andere Leute mobilisieren kann und ich meine ich finde es immer witzig wenn dann freitags ein paar Kinder rausgehen und für den Anführungsstrichen Zukunft demonstrieren und halt solche Sachen einfach nicht mal in Erwägung einfach ziehen es ist halt einfach ein Joke diese ganze Bewegung ist einfach ein Joke ich meine du kannst nicht sagen du demonstrierst für deine Zukunft und nebenbei wird deine Zukunft wegnommen also ist doch ein Witz oder 13% Bonus Damage okay ich weiß ich finde dieses Kill Kill Count System irgendwie ganz cool aber es ist halt so useless irgendwie ich weiß es nicht ich meine Weapon Level Up Squad okay cool aber das andere sind halt Player Kills keine Ahnung ich meine Perien für Player Kills das kannst du glaube ich auch richtig gut botten irgendwie oder halt einen Dragon Perien oder so irgendwie fehlt hier drin einfach der Content so ein bisschen und wie gesagt ich meine diese diese Scrolls ja okay schön und gut aber was willst du halt damit keine Ahnung ich meine einzelne Weapon Level hat einfach kaum den Wert und ich meine 300 Monster Kills für ein Level hier ausgeben keine Ahnung also zumindest bis Level 53 jetzt ging es wirklich richtig schnell und ja kann natürlich sein dass es dann schwieriger wird und so und dass man länger braucht und was weiß ich alles kann gut sein aber ja gerade Monster Kills sind einfach länger als ein Level deswegen weiß ich Ringmaster wird 82 okay die Partie sind nicht mal voll eigentlich 2, 4, 6 Stücke erst drin also der Damage ist halt jetzt wirklich richtig gut eigentlich wenn man jetzt das mal so anschaut 25k 37k sogar bevor gar nicht so aufpasst irgendwie und ich meine auch EXP sind ja so lala es sind im Moment eigentlich keine Buffs sondern so momentan haben wir 15,49 eigentlich gar nicht mehr so spät oder so früh sagen wir so ich dachte mir gerade so ja wahrscheinlich bin ich einfach ein bisschen zu früh online und so und ich nur das pad drin läuft mir ich weiß gar nicht mehr genau wo man diese ganzen S-Pros und G-Pros eigentlich nochmal herkriegt ich glaube irgendwer hat mir dazu immer geraten wie man die herkriegt und wo man die am besten kriegt und so einfach ganz so ganz so viele kriegt man eigentlich gar nicht ja ja ne also ich würde auf alle Fälle versuchen dass wir jetzt hier ähm erstes 105 set dann upen weil alles andere macht vorher eigentlich keinen Sinn das ist halt komplett rausgeschmissenes Geld hier wieder wird ein level ab also ich meine ich finde das Waffenlevel geht schon ganz gut hoch eigentlich weiß nicht ich glaube ich spare einfach die Punkte mal und schau ob es vielleicht mal irgendwann neue Sachen gibt da drin weil momentan finde ich es halt irgendwie keine Ahnung ist einfach nicht überwaff naja ich bin erstmal der Folge hier an der Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal